Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von 360Football. Heute zeigen wir dir ein ganzes Training mit Joel Untersee. Er hat bei Juventus Turin die Jugend durchgemacht und dann in der Serie A, Serie B gespielt bei ganz namhaften Mannschaften. Viel mehr möchte ich gar nicht verraten. Schau einfach zu, lern etwas, Gas geben, besser werden. Let's go! 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 Let's go!